Divertikulitis natürlich heilen Erstaunliche Kräuter, die Divertikulitis vollständig heilen Sehr effektiv natürliche Heilmittel zur Heilung von Divertikulitis zu Hause Kein Bedarf an Antibiotika, kein Bedarf an Operationen Erfahren Sie, wie Sie darmreizende Speiseriste entfernen Gut beruhigender Ernährungsplan Ergänzungsmittel zur Darmheilung Eine vollständige Linderung von Divertikulitis-Schmerzen innerhalb von Tagen Der vollständige und umfassendste Leitfaden zur Behandlung und Kontrolle von Divertikulitis und Divertikulose Besuchen Sie naturlicheheilmittel.divertikulitis.info, um den Leitfaden zu erhalten, der Ihnen hilft, Divertikulitis innerhalb weniger Tage mit sehr wirksamen Natur- und Hausmitteln vollständig zu heilen Klicken Sie auf den Link naturlicheheilmittel.divertikulitis.info unten in der Beschreibung, um den Leitfaden jetzt zu erhalten